Hallo liebe Unfiedern, Zweibeiner draußen, ich hoffe es geht euch gut. Ja, ich sitze hier mit Fräulein Tett und wir machen ein bisschen Flugübung. Und ja, da ist mir aufgefallen, es gab noch eine Frage, und zwar, wie schwer wird denn so ein Uhu? Und da habe ich schon so Kollegen erlebt, die dann gesagt haben, ja, der hat 5, 6 Kilo. Naja, meistens ist der aber nicht so schwer. Und wenn, dann sind es meistens Zuchtformen. Alles, was so deutlich über 4 Kilo hinausgeht, das ist eigentlich ziemlich unrealistisch in freier Wildbahn. Und Fräulein Tett hier zum Beispiel, die hat 2,7 Kilo. Und damit ist sie so ein normal großer europäischer Uhu oder normal großes europäisches Uhu-Mädchen. Viel größer wird die normalerweise nicht, vielleicht 3,3 Kilo so ein europäisches Uhu-Weib. Aber das war es dann auch.